So Leute, willkommen zurück in Battlefield. Wir tauchen sofort in das Schlachtengeschehen ein. Wir haben uns hier durchgekämpft durch dieses überflutete Gebiet und müssen weiter vorrücken zur Altstadt. Und es riecht quasi nach Feuergefecht. Und ich höre sie auch schon. Da sind doch schon die Ersten. Die greifen auch noch von hinten an. Wir sind umzingelt. Was? Achso, da. Okay. Okay. Wenn ich uns das sage, nehmen wir. Dann holen wir uns auch mal was für die... Ach ne, wir haben ja noch einen Scharfschützengewinn. Dann ist gut. Damit kann man nicht so gut zielen, weil das ein bisschen weit weg ist. Aber es reicht. Haha. Oh. Augen auf. Ah Mist. So kann ich nicht zielen. Da ist auch einer. Machen echt viel Ärger gerade. Ah Mist. Sieht aus, als hätte der irgendwie... ...ne Panzerfaust oder so. Sag mal ey, warum wackelt das denn so? Auf der Entfernung kann ich keinen Kopfschuss anbrechen. Ich kann denen nicht befehlen, dass die angreifen sollen.La geht da nicht drauf. Gibt's das eigentlich? So Einen haben wir Mal ein bisschen vorrücken hier Was war das? Er geht schluss Aufpassen! Tunneleingang gesichert! Jawoll Da ist die Stadt, die angegriffen wird Überall Brennendes Rauch Also die Atmosphäre ist schon Ziemlich beeindruckend Irgendwas stimmt da hier nicht Hallo? Hä? Da Sieht sommer aus Sei vorsichtig Aber drinnen Es ist ein Los Hanna Du bist sofort Dichtig still Geht's dir gut, Hanna? Ja 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 Fuck Mir geht's gut Was war das denn Wieder für ein Grafikfehler Also die Grafik ist wunderbar Aber Irgendwie So richtig funktioniert das Ganze nicht Was sich EA da ausgedacht hat Ich meine Er hat ja jetzt eine halbe Ewigkeit Zeit Das zu laden Und Ich dachte gerade Warum ist das alles so frei? Und auf einmal Ploppen ganze Häuser Und Bäume auf Die Irgendwie Zehn Meter entfernt sind Also das ist schon schwach Also Ich meine Solange sich das Spiel nicht immer aufhängt Geht's ja noch Aber Es nervt schon ein bisschen Es darf eigentlich nicht sein Und mein Rechner Wüsste das auch Ultra locker stemmen können Und zwar Locker Nicht so gerade eben Und an meinem Rechner Wird's auch Hundertprozentig Nicht liegen Weil alles Einfach Auf diesem Ding läuft Das soll uns nicht weiter stören Wir machen jetzt erstmal weiter hier Sonst gehen wir nämlich Gleich drauf Meine Güte Wo sind eigentlich meine Kollegen? Hanna ist hier Ganz ruhig hier Ganz ruhig Boah Da oben Nein Scharfschild Was müssen wir loswerden? Wow Wow Wo kam das denn her? Ist hier irgendwas Großes oder was? Da oben Oh Da oben Da oben Da oben Warte warte Ich hab doch gerade was gesehen hier Ja ich weiß dass ich im Schossfeld bin Einer muss ja da rein gehen Hallo Was ist denn hier los? Okay von hier kommt man nicht dran Ja klar da ist so ein fetter Wagen Ich muss mal da hinten zur Waffenkiste Ja das sieht doch mal besser aus Was nehmen wir denn da? Ich glaub diese sind gut hier Oh ich hänge fest hier So Die schleichen uns ran Scheiße wer schießt Los nicht drauf gehen Von da schießt auch noch irgendwas Gibt's das? Boah der hat uns Nein Wow Wie kann man sich nur mit dem Ding anlegen ey Leute guck mal da Alter wie kann der denn hier durchrennen Diese Idioten Die helfen mir nicht Hier kommt doch gleich wieder einer angeeiert Jawohl den haben wir auch Ich hab schon so viele Granaten auf den gefallert Meine Güte meine Güte Hier geht's ab Hilft das überhaupt gegen den? Ja irgendwie nicht Ich hab nämlich keine Munition mehr Mir ist mein C4 weg Oh man Ich brauch C4 sonst Wird das gegen den nix Wow Oh heiß heiß Also die krieg ich am besten mit C4 weg Sonst wird's schwierig Der hat ja schon Stücke von der Mauer weggehauen Aber wir kümmern uns mal kurz um Kurz um den dahin Stört der uns schon mal nicht Okay schau sie ab So mein Freund Das war's für dich Ja ja die Altstadt Hier gibt's noch irgendwo Feinde Da hinten ist was Du weißt ja nie von welchen Seiten Okay die treffen dich sonderlich gut Aber Die laufen nur und schießen nicht Hallo Irish Hannah Habt ihr keine Lust? Kein Bock auf Krieg oder was? Achso Was ist das mit denen? Ich könnte die auch niedermetzeln oder? Nee machen wir nicht Vielleicht sind das ja auch unsere Das sind unsere Ja Das war doch was Leider gibt's hier keine Munition Aber ich hab ja noch ein bisschen Boah wie das hier aussieht Alles in Schutt und Asche Das ist echt übel Oh man Schön euch zu sehen Jungs Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein Um hierher zu kommen Hätte besser sein können Aber hier scheint's ein bisschen sicherer zu sein Erstmal für den Augenblick Nein ich denke nicht Was ist das denn? Oh Was? Walter aus dem Frauenknast Okay Geht klar Interessiert mich ein Scheiß was sie tun müssen Erlebt es sich einfach Wir haben drei Tage nicht geschlafen und gegessen Seit ihr Thunstone? Allerdings ma'am Wir haben eine halbe Stunde bis die Russen zurück sind Ich will dass alle was zu essen kriegen Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen Notrationen Genau Könnte Walter sein Ihr folgt ihm Ja ganz sicher Das ist Wie das war's Ihr folgt ihm Nee Kurz gesagt ma'am Wir sitzen hinter feindlichen Linien fest Wir möchten zurück auf unser Schiff Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert The USS Valkyrie Inzwischen vermutlich im Roten Meer Ach Gürtchen Seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am Es ist sehr wichtig Dass uns jemand nach Westen bringt Die Russen sind vor drei Tagen gelandet Es kommen noch Bodentruppen nach Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten Und wir sind zwölf zu eins unterlegen Egal wie eure Befehle lauten Meine lauten anders Sofort hinlegen Das ist ein wahres Teufelszeug Die Stadt sind die Russen in der Luft Unantastbar Mobile Samfs decken die Küste unterm Damm Sie sind gut verteidigt Samf Stellungen unter dem Damm Und wir sind hier Hier oben All unsere Truppen sind hier oben Und das Flugfeld Sind noch Zivilisten da? Evakuiert Sergeant Keine Zivilisten Korrekt Stadt ist leer Was schlagen Sie vor? Ich hab keine Ahnung Major Es ist schade Dass Sie uns nicht helfen können Wir transportieren aber gerne Noch mehr Sprengstoffe Noch welcher da ist Und wir dafür einen Wagen kriegen Draußen steht einer Aber bringt ihn heile zurück Wir haben auch ein paar Funkgeräte Damit ihr in Kontakt bleiben könnt Untereinander Lasst mich da raus Ich will nichts hören Bis ihr Erfolg habt Dann bringe ich euch nach Westen Danke Major Okay Dann wissen wir ja was wir zu tun haben Pass auf den Sprengstoff auf Ob das eine gute Idee ist? Wieder mal Auto fahren Das ist die Idee aller Zeiten Und den Damm zerstören Also gut Es wird eine Weile dauern bis wir da sind Es wird eine Weile dauern bis wir da sind Und bis die nächste Folge kommt Nein so lange dauert es nicht Aber wir machen Schluss für diese Folge Nachdem wir Du wartest auf mich Und bring mich nicht aus meinem Konzept Ich hab eh kaum eins Also Nach der sympathischen Bekanntschaft Gerade von Walter Aus dem Frauenknast Da kann es ja eigentlich nur besser werden Bis dahin sage ich Tschüss Aus und Ringehauen